Ich dachte, ich würde mich besser fühlen, wenn ich Kaguras Tod gerecht habe. Wenn man von jemandem angegriffen wird, schlägt man zurück. Ihr habt mir alles genommen. Das werde ich diesem Land niemals verzeihen. Macht euch bereit, Männer! Kirigas Hure wird ein für allemal zerstört! Naruto! Ich bin schuld, dass Ikata so geworden ist. Du hasst mich doch! Greif mich an! Ich möchte mit ihm lachen. Und um das zu erreichen, müssen wir es schaffen, diesen Krieg zu stoppen.